Hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Freunde der Globalstrategie zu einer weiteren Folge unserer Civilization Let's Play Together. Wie immer mit dabei in dieser zweiten Staffel der Ösi aka Marco und der Craftgunner LP aka Alex, da hat es mich gerade gesagt. Guten Tag, hallo. Und den Cake Eats You und den Ragnar. Okay, beide weg, kein Problem. Dann gehe ich auch mal aufbereit. So, glaube ich, ein Lied in Skyrim, Ragnar der Rote. Okay. Ja, wir wollten, wir hoffen, dass wir euch heute wieder sehr schön unterhalten können. Zweiter Staffel spielt sich zurzeit wirklich so, wir nehmen erst die erste Staffel auf, dann nächste Woche nehmen wir die zweite auf. Wir haben wieder die erste aufgenommen und jetzt haben wir wieder die zweite auf. Ich habe sogar auch gedacht. Wir sind mit der ersten aber noch nicht fertig. Ja, wir sind halt flexibel. Aber ich denke, wir sind so weit im Spiel, dass wir es theoretisch sogar heute fertig kriegen können. Drei, vier Stunden. Ich habe mir auch schon gedacht. Also wenn wir jetzt... Ja, ich bin gerade echt am überlegen. Das können wir eigentlich schon schaffen an sich. Oder? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, ich habe letzte Woche, letzte Woche habe mich so gefreut, weil ich war richtig am Arsch. Das war der Freitag oder der Samstag, wo ich echt am nächsten Tag richtig krank war. Aber heute bin ich fit, ja. Heute bin ich fit. Heute kann es abgehen, ja. Bin ich voll dabei. Heute geht es los. Gut, gut. Ich freue mich ja mal wieder, den großen Cäsar zu spielen. Ich bin ja eigentlich ein relativer Fan von so antiken Imperatoren und Diktatoren. So ein bisschen kann ich mir nicht dagegen helfen. Ich spiele ja wieder den Alexia. Ja. Ach stimmt, ja. Oh mein Gott, du hast es da gespeichert, wo ich Persien noch gar nicht eingenommen habe, okay? Äh, wirklich? Wo ich, ja, egal, komm. Ähm, egal. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz, ob ich vielleicht noch einen anderen Speicherstand habe. Äh, kann ich von hier aus nicht sehen. Aber ich kann das Spiel speichern drücken, dann sehe ich es. Also, es kam nicht lange erst, aber ich habe die eine, ähm, japanische Stadt hier schon eingenommen gehabt, also. Okay, also was ich habe, das ist, ja, das ist mein letzter. Der ist ja jetzt eingenommen, passt, hat sich erledigt, ich bin drin, ich habe es jetzt. Ah, okay. Ja, du siehst du, dann hast du gleich einen tollen Anfang für deine Folge. Ja, Stadt annektieren. Sehr schön, ja. Perfekt. Na, du annektierst, annektierst die gleich. Ja, ich würde schon sagen, persische Hauptstadt können wir schon mal annektieren. Hm, aber ich bin... Wobei haben wir denn hier auf der Insel Helsinki und Tyros. Mit Tyros verbinde ich mich, so. Wir haben jetzt eh gerade ein ganz schönes Plus an Gold. Oh, ich habe einen, ich habe einen geilen General. Oder ist der goldene General, jawohl. Der goldene General, jaja. Oh, fuck, nur vier Runden, goldenes Zeitalter, das finde ich jetzt nicht so super, egal. Ja, du hast halt schon viele gehabt, mein Gott. Ach, hängt das da davon ab, oder? Wie viele ich schon habe? Was? Meinst du, wenn... Meine goldenen Zeitalter? Jaja, umso öfter du goldenes Zeitalter hattest, umso kürzer ist es dann. Ah, ja, genau. Ach so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Gut, ich werde hier etwas mehr auf die Marine umgehen. Die hast du mir schon mal gedacht, aber ich war mir nicht mehr sicher. Okay, als nächstes kommt Osaka. Äh, wie haben wir nochmal Japan aufgeteilt? Du wolltest Satasuma? Satasuma. Gut, und ich darf Osaka einnehmen. Ja. Kagoshima ist natürlich auch. Wir werden mich dann auf die Städte südlich von der Insel etwas konzentrieren. Okay, und ich nehme die Insel ein. Okay. Dann, nächste Runde. Glaube ich, ich glaube, so Mono können wir aber zerstören. Diese einzelnen Insel, die zahlen sich wirklich nicht aus. Ja, kommt halt drauf an. Wenn du einfach nur es als so Marionettenstaat laufen lässt, dann geht es schon. Ja, okay, dann ist es dann eh wieder egal. Stimmt schon. Es sind noch persische Ritter. Das finde ich jetzt natürlich nicht so geil, weil ich glaube, die machen jetzt anständig erstmal meine Schürzen fertig. Aber egal, wir sind gut drauf. Ein bisschen schade, dass du so im Nebel liegst bei mir. Ich hätte ja wirklich gerne den Kriegen so ein bisschen miterlebt. Was dem Kriegen ist? Ich hätte auch gerne, ich wusste auch gerne, wo Japan ist. Das gehe ich jetzt nochmal suchen, glaube ich. Hier sind ja meine... Mein Kriegstreitwagen hüpft hier rum ein bisschen. Der kann dich mal losdüsen ein bisschen. Bist du schon fertig? Naja, okay. Also, wenn du zu Japan willst, kannst du einfach so südwestlich. Das ist da so kleine Luftlinie. Und mein Ping ist ausnahmsweise richtig. Ja, wer sagt es denn? Dabei habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ja, geil. Kostenlosen Wissenschaftler. Warte, ich kann eine Einheit befördern. Euch beförder ich mal mit Sofortheilung. Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, Sofortheilung. Wir machen, also ich muss ja etwas meine Zufriedenheit eindeutig nach oben kriegen. Das ist nicht mehr akzeptabel, was ich hier so abliefere. Warum? Weil ich minus 6 Zufriedenheit habe gerade. Ah, okay. Ja, dann würde es vielleicht doch Sinn machen, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Weil, äh, ja, ein bisschen auf die... Nee, nee, also ich kann eh noch viele Sachen wie Opernhäuser und sowas bauen, was Zufriedenheit gibt. Da kann ich noch viel bauen. Okay. Das ist nicht das Problem. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist alles im Lot, würde ich sagen, ne? Warte, Tyrus hat dir doch jetzt den Krieg erklärt. Ja. Aber bitte nicht zu stören. Ich schaue nämlich, dass ich einen Verbündeten kriege. Vielleicht darf man es ja dadurch wieder, dass sie mit den Kriegen schließen. Ich habe ja noch geile Langschwertkämpfe, oder? Wem gehören die denn? Was soll das meinen? Das ist ein Aschmann. Die Langschwertkämpfe habe ich dir geschenkt. Genau. Oh, ist aktuell auch meine beste Einheit. Was ein bisschen schade ist, muss ich sagen. Hm. Ja, habe ich noch auch was. Wenn ich ehrlich bin, soll ich denn jetzt vorweg machen? Nee. Also, Armbrust schützen. Die Niere kann ich nicht aufrüsten, ist ja. So. Schick mal wieder mal an Land. So, ne? Welche Einheit benötigt denn das Befehle? Ich bin doch fertig jetzt eigentlich, oder? Ach ja, das spackt nur wieder bis denn rum. Das ist ja, jawoll. Boah, der Ping heute ist echt gut, ey. Weiß gar nicht, was los ist. Ah, jetzt geht es wieder hoch bei mir. Okay. Ach ja, komm, scheiß drauf. Aber so schlimm ist es heute nicht. Zehn. Nee, also es war schon mal schlimmer. Fünfzehn. Also, bei mir bleibt Dave bei 40 Millisekunden. Nee, bei mir steigt er schon nach oben. Bei mir nicht? Ja, wie gesagt, meine Leitung nach Österreich, die, da stehe ich halt auf der Leitung. Ach du Scheiße. Nicht meine Kanonen kaputt machen. Assis. Babanlage entdeckt. Wursch. 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 Memphis leidet Hunger. Wer ist Memphis? Welche Stadt? Hilfe. Hier Memphis, da hinten. Okay. Ah ja, da muss ich es halt annektieren. Machen wir es. Was suche ich denn eigentlich? Warten mal, aber komm. Ich finde das ein bisschen peinlich, dass ich bei so vielen Städten langsam den Überblick verliere. Ach scheiße, ich habe jetzt nochmal... Nein, ich wollte es noch haben. Das wollte ich doch gar nicht. Wo war das? Hier war das. Also ich... Greift die an. Ich sag mal so, lieber bei vielen Städten die Übersicht verlieren, als ich mir zu wenig langweilen. Guter Ansatz. Finde ich auch dafür. Wo sind denn hier meine Krieger? Ich habe gar keine Krieger mehr hier. Verdammt. So, jetzt muss ich... Mal Memphis kriegt hier jetzt nicht mehr Goldfokus, sondern ein bisschen Nahrungsfokus, weil die sterben sonst bald. Ich habe gerade extrem viel Gold und ich weiß nicht mehr, ich habe kein goldenes Zeitalter. Soll ich in dem Sinn? Komischerweise bekomme ich gerade 100 Gold pro Runde. Ach so, ja klar. Ich bekomme 37... Ich habe ja noch ein paar Bahnen Lager entdeckt, das mache ich jetzt gleich dem Erdboden gleich. Wie könnte man Nagasaki nennen? Nenn das Boom oder so, Boom, Bombe oder so, keine Ahnung. Nenn es Fat Man. Genau, nenn es... wie hieß es? Ist es Fat Man oder Fat... Ja, Fat Man. Oder Fat Boy. Fat Man war auf Hiroshima und Fat Man war auf Nagasaki. Okay, ja, das macht Sinn dann. Wie war das? Fat Man oder... Fat Man. Fat. F-A-T. Ja, ja, klar, klar. M-A-N. Ja, also nicht. Obwohl ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob das jetzt hier irgendwie einige Leute nicht ein bisschen unwitzig finden. Tö. Ja, scheiß drauf. Ach, das ist ja auch noch parsisch hier. Dann hole ich mir nachher erstmal hier mein neues, mein nächstes Ding. Mein nächstes, äh, der Städtchen, ja, weil die haben hier nämlich so ein Wunder. So, ich wäre bereit für die nächste Runde. Okay, ich brauche noch eine ganz Kleinigkeit. Ja, okay. Also ich... Also das wäre ich für jetzt mal genannt. Schade, dass er... Pascarte. Pascarte. Der macht mich fertig. Das ist eine richtige Kackstadt. Echt schade, dass... Also hast du zufällig einen, ähm, Hiroshima von denen gefunden, von den Japanern? Hiroshima. Ähm... Ich schicke jetzt nächste Runde mal meine Leute bei der Runde. Kaga Yoshima und Nishimo no Seiki. Ne, habe ich nicht. Ähm, Dave, Dave, hast du... Weißt du, wo Tyrus liegt? Tyrus, ähm... Ich weiß, wo Tyrus liegt. Das liegt nämlich genau unter mir. Sag mir mal, wo der von Japan liegt. Ja, direkt... Tyrus, rechts. Ja. Rechts, unten. Ganz, ganz nah dran. Ja, klebt fast dran. Also daneben ist noch Helsinki neben Tyrus. Direkt an Helsinki ist gleich, ähm, sag mal, Satasuma, die japanische Stadt angeknüpft. So, Epic Sea Battle, versenkt. Wo kämpfst du denn gerade? Ähm, beim Barbanenlager und, ähm, und, ähm, Alex. Da war gerade ein japanisches Schiff. Cool. Du machst ja meine Barbanenlager weg. Dankeschön. Nein, ich stecke auch gerade hier so ein Kämpfer-Truppchen, der die Bauarbeiter dort befreien soll. Die wahrscheinlich zu Sedan gehören oder sonst dem. Oh, es wurde eine große Persönlichkeit geworden. Ja. Großer Ingenieur-Bob. Bob. Ingenieur-Bob. Bob der Baumeister. Genau. Der kann... Fast sogar. Der kann hier was beschleunigen. Aber ich kann gar nichts bauen, was der beschleunigen soll. Der hat's früher auch immer gesehen, Bob der Baumeister. Ich hab das... Also, ja, ich weiß, ich bin in dem Alter, da soll man das vielleicht nicht mehr machen, aber ich hab das neulich mal wieder angeschaut, ja. Ach, soll. Und ich find das, ehrlich gesagt, ich find's trotzdem noch witzig. Weil, ich mein, ich weiß nicht, dass das halt Bob der Baumeister ist. Kommen halt so Kindheitserinnerungen hoch. Ah, dafür war ich zu alt. Weil er sieht sich's jetzt noch an. Wieso bist du denn noch zu alt dafür? Nein, ja, ich hab Bob... Bob der Baumeister kennt ja wohl jeder. Ich mein... Aber... Nun gut. Ja gut, Alex? Ja, ich schau grad noch, was ich erforschen kann, wenn ich ehrlich bin. Ja, stell halt einfach automatisch Sekunden. Oh, das kann man nicht machen. Nee, ich mein erforschen. Hier, ich könnte auf den Eiffelturm gehen. Ach so. Der ist sehr gut. Also, Eiffelturm ist halt Funkturm in jeder Stadt. Warte, der ist super stark. Ja, ich... Das heißt, ich brauch jetzt... Warte. 4, 13, 13, 36, 39, 39, 13, 18 sind 57, 57 und 24, also ich brauch ungefähr noch 80 Runden dafür. Okay, geil. Okay. Also, ich bräuchte 10, 13 und dann bauen, also... Aber ich will sowieso erst mal die Freiheitsstatue machen, also kein Problem. Ja, ich kann zuerst gar nicht keine Wunde bauen. Ich kann auch leider gerade keine bauen und das ärgert mich wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin... Ach so, ich muss noch hier... Ich bin sehr nah an der Atomtheorie. Da muss ich mir echt überlegen, ob ich das nicht machen soll. Ich mein so ein paar... Warte, wo ist denn Atomtheorie? Das ist unter dem Eiffelturm. Ach, du Scheiße, da bist du schon. Naja, also Evi, was brauche ich da noch? Ich brauche, ähm... Ja, ich habe noch nicht mal Metallverarbeitung, aber ich bin halt gerade an Normbauteilen dran. Also insgesamt wären es 4... Nee, stimmt gar nicht. 5, 7, 10 und dann hätte ich Verbrennungsmotor und dann könnte ich Atomtheorie machen. Aber ich baue jetzt sowieso erst auf Luftfahrt, also Atomtheorie ist noch weiterhin. Aber sobald ich Luftfahrt habe, geht es halt richtig ab, weil dann mit der Luftüberlegenheit, da lässt sich schon was mit anfangen. Oh ja, das ist wahr. Ich werde jetzt wahrscheinlich als nächstes auf Wissenschaftstheorie gehen. Oh, wer greift denn da an? Baba. Das einzige, was ich noch gar nicht geblickt habe, ist das mit den... Warte. Lass mich überlegen, wie heißt es, äh, Flugzeugträger. Das blicke ich irgendwie gar nicht. Was, was nützen die mir, außer dass ich da eine Atombombe stationieren kann? Du kannst auch deine Schiffe, äh, deine Flugzeuge draufladen. Also wenn du Flugzeuge hast in einer Stadt, dann haben die ja nur einen begrenzten Radius. Und wenn du da, du kannst sie halt auch auf dem Flugzeugträger landen lassen. Das heißt, den Flugzeugträger kannst du an eine Küste stellen und von da aus kannst du deine ganzen, ähm, Flugzeuge fliegen lassen. Das ist schon praktisch. Ja, aber ich blicke das allgemein mit den Flugzeugen, wenn ich ehrlich bin, auch noch nicht so. Ich habe halt, meine ich hier, Kampfhubschrauber hatte ich und, äh... Ja, das sind aber keine Technologie. Genau, genau. Ja, das weiß ich. Das sind eher dann so, im Prinzip, Infanterieeinheiten halt. Kavalerie. Nur das... Kavalerie. Ja, genau. Ähm, ich würde dir mal empfehlen, das, ähm, barbarisch, die barbarische Karabelle unter deiner Hauptstadt zu zerstören. Du meinst mich? Ne, den Ägypten meine ich. Ah. Oh, Goldunterhaltskosten senken wir mal, ja klar. Gold, Gold ist immer gut. Plus 50 Gold ohne goldenes Zeitalter, sehr schön. Was machen die hier? Ich will, ich will nicht, dass die... Steht doch in der Stadt. So. Bereitschaft. Ich bin gleich fertig. Ach, der Marco ist auch nicht fertig. Okay, dann passt's ja. Ich hab kurz Angst eingestellt. Ich hab nur Angst, der Dave wird uns nachher so fertig machen einfach, weil der hat nachher Atombomben und alles. Das dauert noch. Und wie gesagt, erstmal erledigen wir Japan und, äh, Katharina ist ja auch noch einzunehmen. Ja, Katharina. Ja, Katharina, komm. Da bin, da versuch ich jetzt dann mal, äh, als nächstes dann, wenn ich mal wieder eine anständige Struktur aufgebaut hab, versuch ich da mal als nächstes mein Glück. Ach, da ist die Karabelle, ah. Oh, was ich auch grad seh. Ähm, du hast, du bist ja verdammt, jetzt seh ich das erst, wie weit Persien und Ägypten wirklich entfernt sind. Ja, gell? Ja? Ist eigentlich extrem weit entfernt. Ah, die Karabelle ist ich fast hinüber. Musst du nur noch mit der Stadt abschießen. Ja, ja, das mach ich, gell. Äh, was mach ich denn? Darf ich jetzt nichts anklicken, oder was? Muss ich jetzt da runter? Äh? Ich kann grad komischerweise gar nichts anklicken. So, jetzt geht's. Äh, gut, gut. Das ist schon angeschlossen. Boah, die machen mich grad richtig fertig, die Jungs hier, äh. Ja, die persischen Jungs hier. Ja, die fallen hier einfach in das Land ein. Auch wenn's vielleicht mal ihrs war, ja, das ist es aber leider nicht mehr. Da hörst du dich jetzt ein bisschen arg wie Russland an, findest du nicht? Oder wie Putin. Ja, das ist meine Krim hier, das ist auch so eine Halbinsel, ja. Wisst ihr eigentlich, wie man, man hat mit den Trudern gestohlen, auf Russisch heißt? Ähm. Ach, nö, alter, der ist bestimmt nicht witzig. Der hört sich... Lade mir Putin. So. Der ist so schlecht. Naja, er hat immerhin was Politisches. Theoretisch konntest du damit in einem sehr, sehr schlechten Kabarett, äh, Qualität auftreten. Um Gottes Willen. Wisst ihr, wer mir persönlich momentan sehr leid tut? Die türkischen Let's Player, die tun mir sehr leid. Warum das? YouTube-Oilgeschwitter. Oh, ist das brutal. Aber die müssen ja nur ihre DNS-Einstellungen ändern und können dann wieder drauf, also... Ja. Genau wie Twitter. Los, die Stadt ist besetzt, sie wird zusätzliche... ...unsoweit eine Erzeugung bis dahin Gerichtsgewordet. Ich glaube, wir befinden sieben Runden lang im Widerstand. Ach so, vielleicht wird es die Hauptstadt wahr. Ja, die Hauptstadt ist immer länger im Widerstand. Soll ich die Autokratie einführen? Nein. Mach die. Äh, das ist halt, äh, Faschismus so in die Richtung. Nee. Absoluter Krieg als letzte Möglichkeit. Nee. Wie geil. Äh, nein, nein, ich bin auch eher für die Ordnung. Da hab ich wenigstens den Kommunismus. Das find ich cooler. Oder soll ich zuerst auf die Wissenschaft gehen? Ich weiß schon, was ich mit meinem nächsten Kulturpunkt mache. Habt ihr schon Schützen? Ich hab sogar schon Infanterie. Boah, ich bin eben noch bei den anderen Schützen. Die kommt nach den Schützen. Ich seh da Dynamit. Ja, noch ein bisschen weit rechts. Norm-Bauteile. Machst mir Angst. Sag mal, wenn ich jetzt bin. Ach, hier. Ah. Ja, okay, das würde bei mir jetzt. Okay, ich sag nix. Ich bin einfach fertig mit der Runde so. Ah, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich, ja, ich brauch erst Biologie, damit ich Öl krieg für meine Flugzeuge. Okay, dann ... Das wär's natürlich. Was uns jetzt helfen würde, wäre, wenn Dave überhaupt kein Öl hätte, ja? Naja, aber ... Wie alles. Ja, dann mach ich halt einen auf Amerika und ... Ja, gib euch Geld für Öl. Warum? Du musst uns gar kein Geld für Öl geben. Du kannst es einfach angreifen. Das passt noch auf. Nein, nee, 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 erst mal ... Ich bin außerdem ein friedlicher Mensch. Ich hab kein Problem, irgendwelche Computergegner zu töten, aber gegen Menschen bin ich dann doch lieber. Ich weiß nicht, ich bin auch so gespannt irgendwie aufs Ende, weil es ist ja eigentlich dann schon so, man weiß nicht, man hat dann schon im Prinzip so sechs, sieben, acht Stunden zusammengespielt, wenn es dann gegeneinander geht und man sich eigentlich die ganze Zeit geholfen hat, dann ist das schon, ja. Das glaub ich auch. Ey, ich kann mich grad echt nicht für irgendeine Politik entscheiden, verdammt. Wie gesagt, First World Problems. Ja, komm, ich geh voll auf die Wissenschaft. Was ist Wissenschaft? Äh, Rationalismus. Rationalismus, genau. Und jetzt hab ich grad den Säkularismus installiert. Installiert? Was natürlich ... Sattet hast du dir hochgefahren. Ja, halt in meiner Regierung installiert, so mein ich das. Ah, ja, selbstverständlich. Ey, ich meine, wenn ich was bin, dann bin ich Atheist und da passt das doch ganz gut gerade. Was hat das jetzt mit der Religion zu tun? Säkularismus ist der Sache, wenn Staat und Religion getrennt werden. Ach so. Also auf jeden Fall, hier sind wir wieder bei Lernen mit Let's Plays, ja, hallo. Oh, guten Tag. Ja, ja. Aber das find ich halt auch toll an so einem Spiel wie Civilization, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mein, was ich damals bei Civilization 2 alles gelernt hab, was mir heute noch was bringt, kann ich gar nicht aufzeichnen alles. Dann erzähl es uns. Ja, keine Ahnung. Ach, du Scheiße. Halt diese Gange. Es tut mir leid. Okay, als ob die jetzt meine Kanone kaputt gemacht haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Zwei Kanonen haben die kaputt gemacht. Die Assis. Boah. Ich hab ja hier nur noch sechs rumstehen gerade, die einfach gar nichts machen. Und. Bam. Mein Gott. So, dann greifen die halt hier an so. Mein Gott. Oh nein, ich kann von da aus nicht treffen. Nein, jetzt hab ich mich verdrückt. Nein, dammit. Nein. Oh, nö. Bitte fahrt doch wieder zurück, Nekton. Oder stellt euch wenigstens hier hin. Ich hasse es, wenn ich mich so kurzfristig, wenn das bei Civ V, wenn immer die Perspektiven wechselter sind. Ja, die sind echt nervig. Das heißt, von der einen Einheit zur anderen. Und in dem Moment hast du aber eigentlich schon eine andere Einheit angeklickt und dann wechselt es. Oh. Und jetzt, das hab ich grad wieder gemacht und jetzt ist meine Kanone weg und ich glaub, die wird jetzt im nächsten Zug erstmal wieder fertig gemacht. Das ist echt nervig. Dann hab ich da oben nur noch zwei rumstehen. Ja. Boah, das wär nicht so geil. Komm, KI, sei doch dumm bitte, KI. Komm, ich glaub an dich. Das Problem ist, die KI ist wirklich sehr dumm. Nur die Dummheit besteht darin, dass sie immer sofort auf die Gegner gehen. Ohne groß nachzudenken. Rio de Janeiro wünscht, dass Quebec zerstört wird. Quebec wird nicht zerstört. Okay, dann zerstören wir Rio de Janeiro. Bin ich dafür. Oh, das ist... Nöööö. Nicht mal in Rio. Die ist direkt an meiner Grenze. Karneval ist da immer. Und ist das nicht was Schönes? Karneval in Rio. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Ich kenn nur Karneval in Rio. Das ist die Aussage da. So, hier. Ihr Bereitschaft. Mehr Zufriedenheit vor der Menschheit. Was machen die persischen Armbrustschützen hier von meiner Tür? Verpisst euch. Mit dem persischen Armbrustschützen, da passiert nix. Ich würde sie abschießen, aber ich habe gerade nichts, mit dem ich sie abschießen kann. Ich gehe immer noch auf Wohlstand. Ich weiß gar nicht, warum. Hier, Äquadukt drauf. Nahrung. Aquadukt ist sehr wichtig, das stimmt. Ach, Aquadukt. Damit bleibt dir etwas in deiner Zeile da übrig. Das heißt, 40% von der Nahrung, die du für das nächste Level der Stadt gesammelt hast, bleibt bestehen. Sehr, sehr stark. Das ist bei mir vor allem wichtig. Meine Städte sind ja sowieso wichtig. Ich verbiete denen ja mittlerweile das Wachsen. 28, 10 und 7. 28 ist wirklich sehr groß. Ja, das ist meine Hauptstadt. Eben, ich sehe es. Meine Hauptstadt ist 13. Meine 19, was jetzt? Ich weiß nicht, den Leuten gefällt es halt hier. Jetzt wächst die aber langsamer, weil ich minus 2 zufrieden hätte. Hat jemand dann schon den Lufrey gebaut? Ja, ich habe den gebaut. Achso. Hat mich nur interessiert, wenn ich den gerade... Nein! Du hast zu sein, hat großen Händler. Ach, du Scheiße. Das war wärmlich. Also du, wenn ich ehrlich bin, das wird es dann aber gleich nicht mehr lustig, du. Verdammt. Jetzt gehen mir dann bald die Kanonen aus. Und das will was heißen, wenn mir die Kanonen ausgehen, ne? Du, ich mache es vielleicht so, dass ich doch Satasuma einnehme, aber die kannst du dann haben. Mir egal. Es ist gerade richtig blöde, wie das ist, weil Osaka, da komme ich einfach nicht dran, ohne Satasuma einzunehmen. Mir geht es halt wirklich nur um Silber von denen. Haben die da Silber? Ja. Oh ja. Ich hoffe mal... Aber die haben ziemlich viel Silberflurenzen, aber ich werde mit einem schon... Ja. Toplarz habe ich außerdem gegen mein Mikrofon geschlagen. Das tut mir natürlich nicht leid. Färbemittel, Perlen, Räucherwerk, Färbemittel, Feiertag. Also ich bräuchte unbedingt Färbemittel. Riech das her? Dave, darf ich mir ein Marmor von dir klauen, weil du hast ja sowieso zwei Marmor. Ähm, wenn du mir ein bisschen was dafür gibst, sicher. Wo bist du denn? Dave, kann ich dir ein Räucherwerk abhandeln? Da habe ich leider nur eins, das kann ich nicht abdrücken. Ich hoffe, ich hoffe, das geht klar. Ich verlange auch nur ganz wenig. Drei Gold pro Runde, das muss drin sein. Oh ja, ich habe dir ein bisschen mehr zugesprochen halt. Japan und Persien haben sich verbündet. Oder zumindest freundschaftlich verbündet. Japan und Persien, ja. Verteidigungsbündnis wahrscheinlich. Ach ne, freundschaftlich. Ich bin gespannt, ob wir Persien mal mit mir den Frieden aushandeln wollen oder sowas. Wozu brauchst du Gold? Ähm, damit ich Zufriedenheit bekommen. Räuchte, Perlen, Räucherwerk oder Farben? Dave, Dave, willst du meinen Vorschlag akzeptieren? Ähm, ich habe dir selbst einen geschickt. Ich glaube, der ist jetzt auf deiner Seite. Ach so. Ah, du hast, ich habe gedacht, du hast gesagt, du, davor, bevor du den Vorschlag, egal. Scheiß drauf. Gut, Almaty und Sydney brauche ich. Plus Zufriedenheit, geil. Ja, ich wünschte, ich hätte mal... Wochenende. We're back. Hat Eisen. Helsinki, okay. Okay. Brauche ich nicht. Stop. Und also, wie gesagt... Okay, weißt du was, Marco? Ich mache dir den Gefallen. Ich gebe dir Räucherwerk für Gold. Okay. Da verdiene ich zwar nichts dran oder kriege keinen Bonus, aber ich habe dir ein bisschen geholfen zumindest. Ist ja auch schön. Dankeschön. Dann freuen sie dich, dann gibt es eine fette Party. Bist du eine Party eingeladen worden? Ja, ist ja schön. Einen fetten, fetten, fetten Party. Ein Räucherwerk, das könnte man jetzt echt ein bisschen missversprechen. Ein Räucherwerk-Party. Genau. Alter. Wo liegt denn eigentlich Sydney? Äh... Warte. Nur so rein aus Interesse. Sydney liegt über... Quebec. Mit denen habe ich Krieg. Scheiße. Ich muss mich mit Sydney verbinden, damit ich die Perlen herkriege. Ausnahmsweise mal. Ein Stadtschart, mit dem ich Krieg habe. Ich habe schon wieder mal Bahnlage entdeckt. Und da ist sogar noch mehr als eine Ruine. Ist nicht zu fassen. Was nicht alles gibt auf dieser unserer Welt. Öffentliche Schule, ja, das wäre mal an der Zeit. Dann werden sie zwar gebildet, aber... Ach mein Gott. Wirst du nicht, dass deine Leute sich weiterbilden, oder? Ja, sie könnten ja dann irgendwie merken, dass wir hier keine Diplomatie führen. determinationón armaígen. Das war, dass du dich toll hast.